Das sieben Straßenwald, das geht? Geh! Hi, hi! Hallo! Willkommen zum Tourvlog. Erster Tourvlog 2017. Wir fahren heute nach Coburg. Gibt es wirklich für eine gute Idee? Ja, gar nicht. Wow. Oh! 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 Leute, mach mal schnell. Oh! Oh!」 Oh! um die Leidenschaften. Die Hände nach oben. Alle Schäfer rein. Habt ihr Spaß mit uns? Wenn der Bisschen losgeht, wenn ich euch alle strecken sehe. Ja, ganz gelang schmack hier rum. Jetzt sind ja die Haare auf der Brust, sorry. Ist er nicht der Süßer? Sein Name ist Tobias Reinhardt und er macht Diät. Wenn ich denn solche Gemeinschaften möchte. Morgens. Und die Jungs genießen jetzt mal die schöne Aussicht. Beim Pinking. Hey Tobi. Ich hab Hände gewaschen auf alle.